Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Party DS mit Satz und Spanake. Niedriger Blumentruck. Triple Trap Rivale. Alles schön und gut. Möchten Sie... Ich weiß nicht, mit Sie bilden. Warte mal. Hallo, Kabel? Moment. Ich muss erst mein Ladekabel bei mir hier anziehen. Gut. Möchten Sie... So, dann werden wir erstmal... Gehen wir auf Party Modus. Und geben nur jetzt... Oder? Wir nehmen diesmal wieder jeden gegen jeden. Und nehmen diesmal... Und nehmen diesmal wieder Torot. Genau. Torot ist immer cool. Miau, miau, miau. Haha. Ich glaube, wir nehmen Taudettes Musikstil bei. Letztes Spiel... Genau. Perfekt. So, mag ich das. Willkommen zurück zu... Let's Play Mario Party DS. Wie ihr sagt... Wir sind so doof... Strohdoof... Und... Zocken darauf los. Ist ja auch alles egal. Ich bin der dritte. Der freut sich, dass es geht in Delta. Ich bin der dritte. Ja, nuns Cash. Warum duzen die dich hier? Ich kann sich ein Duzer werden. Du Pöller. Das blöde Spiel duzen mich. Ich bin doch auch dumm. Ja. Dummer als Player wird dumm angesprochen werden. Nicht wahr? Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Dummer als Player will dumm angesprochen werden. Oh je. Zu niedlich, ey. So 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 niedlich, ey. Dann muss ich erst mal ein Sales-Set erstellen. Warte mal. Hallo. Gut. Stoß den Wüffelblock an. Yes. Warte mal, Vierer. Versteu mal auf dieses komische Kumpel-Feld. Echt ne Zufall. Ich hab entscheidungslücken, haha Das geile an diesem Spiel ist, dass es hier kein Geist ist, der die Münzen klaut Oh, armer Idiot Was, Schlinge an der Schützen? Was sind das denn so wieder heißen, Alter? Warten wir so einen Spinnen abschießen? Seid ihr des Wahnsinns? Habt ihr Feierne weg? Wie macht man das, Alter? Ich hab keine Ahnung, wie man Steuern hat Alter, ich hab jetzt keine Ahnung, wie man Steuern tut Was, Axel fixieren? Ja, wie leckt man denn hier Steuers? Also ernsthaft? Die haben die Staro nicht rein getragen, nein, wie witzig Das war dämlich Naja, was soll's Man kann ja nicht alles wissen, nicht wahr? Ja, will ich hier auch nicht wirklich so scheiße sein Klug sein Ligma einfach nicht Ich bin lieber dumm, dumm sein ist viel schöner Ich bin ein kleiner Dumm hier Ich weiß, die meisten sagen wie du isst Beide an Kehl Fällt dir nichts besseres ein? Gar nicht! Zwei mal Block Drei mal Block Fünf mal Block Gibt's hier aber nicht Alter, wir mal Block Quarty zwei Dann gibt's das Ding hoch Bei Maler Party eins ist der Block scheiße Da hast du entweder Cooper, Bosa oder den Geist Und das ratet man, ratet man was Bosa macht Wisst ihr nicht? Ich auch nicht Das doch, ich sag's Wenn du bei Maler Party eins so gesagt Bosa hast Fört dir der Typ automatisch gehält Nur so als Anmerkung Und dazu gar ein bisschen mehr als 20 Wollte ich dir bloß gesagt haben Beim Maler Party eins ist Bosa richtig schwer Also da ist der Ultimativfahrt vor Es geht auch um den Wett beim Maler Party eins ähm Wo man äh so gesagt Was war das? Bei Mario Party eins gibt es bei Donkeys Dingsbums, da aber Donkeys Spielbrett Kann man im Kreislauf und kann sehr viel Geld kassieren bei Cooper Das ist aber nur ein Erster Teil bei anderen Spinn ist Cooper nicht mehr Der einfach Geld schenkt Sterbsaugerangriff Nein! Waaah! Lauf! Ich will aber nicht! Hier voll zehn! Was soll denn das? Wollt ihr mich verheißen oder was? Ihr blöden Stier wie Säcke, Alter Lauf, lauf, lauf! Autsch, ich bin frisch Ich bin... Ich bin gleich das Ich bin gleich das Oh, wer in dem Staubsauger überlebt Ist doch geil Da hat ja ein Hächsler drin Hm, das ist der Hächsler Mario Ha 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 Spider-Kirch Ich finde mal keine Horrorschichten hier Aber Kriege ich dann nachher zwei Diabos im Preis von einem Ha 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 Kriege ich zwei Diabos im Preis von einem Na klar doch Kann da wirklich passieren Das kann wirklich passieren Das wollte ich nicht mehr so sagen Das kann wirklich passieren Dass ich die Diabos da bekomme Na, ich bin nicht so der Abo-König Ich bin lieber ein Typ der schön tut Schön ist wie gesünder Lass mir raten, ich will nicht höhere Note Dresig Münzen! Oh nein! Um Gottes Willen Ich vermute es mal Ich werde Dresse wieder Kinder haben Da ritzeln die sich lieber doch, Alter Ja Ja Schneller Halt ihn hoch Keiner Junge So Ich muss erstmal Platz loswerden Deaktivieren Ja 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 Komm Mario Komm Los 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 Geh in die Pusche, Alter Ha 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 Ey, da will man einen Platz noch machen Nachmacher Ha 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 Man sieht ein Scheibchen schützen Wie sägen Ah, du Scheiße Warte mal Geh mal selber ein Safe-Safe Ich weiß gar nicht wie man jetzt steuern tut So ein Mist jaja das und das mein hat